Guten Tag allerseits, ich bin Hulkan Kulberg, ich bin Architekt und Unternehmer auch und ich will meine letzte Initiative, meine neue Initiative darstellen, aber bevor ich damit anfange, möchte ich ein bisschen zeigen, was ich schon in der Vergangenheit für Projekte umgesetzt habe. Hier das große Kino in den Hallen des Bergkönigs, ich habe dafür 20 Jahre gebraucht von der ersten Vorstellung bis zur Umsetzung, ein bisschen verrückt vielleicht, aber jetzt steht das Ding und ist auch erfolgreich. Und hier mein nächstes Projekt, hier habe ich eine eigene Initiative gestartet, um einen neuen Eingangsbereich für die Hasselbrot Stiftung hier im Kunstmuseum zu gestalten. Das ist also hier die Kultur- und Wissenschaftsstiftung. Diese Initiative fing fünf Jahre Ehe an und wir haben neun Jahre gebraucht. Das ist eigentlich ein recht kurzer Zeitraum für so ein Projekt. Das ist auch erfolgreich. Und das ist dieser selbe Platz, wo auch das Kulturfest stattfindet, diese große Platz in Göteborg. Das ist mein kleines Projekt in den Holmen, mitten in der Stadt. Das ist im Grunde genommen nur eine Treppe mit Turm im Hafenbecken. Aber es ist ein Think Tank. Es ist ein Treffort für Menschen, die über großartige Ideen nachdenken wollen. Und jetzt meine letzte Initiative, die vielleicht ein bisschen uns alle ein bisschen überfordert. Aber ich habe damit angefangen und ich werde es jetzt erklären. Das ist der ehemalige Freihandelshafen. Das ist hier die Stadt, links. Und hier der Fluss Gürtel. Der König Adolphus der Große hat 1631 die Stadt gegründet und für die ersten zweieinhalb Jahrhunderte bestand im Grunde genommen nur so viel. Das war eine Hafenstadt mit Befestigung, hier mit Graben. Und hier einige Kais, wo die Stiffe, Schiffe und entladen wurden. Das ging zweieinhalb Jahrhunderte so und dann kam die industrielle Revolution und die Stadt entwickelte sich innerhalb eines kurzen Zeitraums unwahrscheinlich schnell. Und ich möchte das Projekt jetzt ergänzen, zu Ende führen. Ich möchte diesen Becken auf der anderen Seite jetzt bebauen. Und ich möchte auch eine Ikone bauen, ein Symbol für das Unternehmertum und für die Freiheit. Ich möchte nicht das höchste Gebäude in der Stadt entwickeln, denn inzwischen gibt es einen Wettbewerb zwischen Göteberg und unseren Nachbarn darum, wer das größte Gebäude herstellen kann. Aber ich glaube nicht, dass die Größe so wichtig ist. Das Projekt fing vor fast 20 Jahren an, im Jahr 93. Es gab die Idee, ein Wikinermuseum in Göteberg zu bauen. Und wir haben mit Untersuchungen angefangen. Und es gab Experten überall, sehr gute sogar. Aber wir hatten damit keinen Erfolg. Jetzt habe ich also etwas anderes gestaltet. Es geht um eine Informationsstätte, von den Wikingern inspiriert. Wenn ich aus China komme und nach Göteberg kommen möchte, kann man an diese Informationsstätte die Information bekommen, wo stehen die Museen, wo stehen die interessanten Sehenswürdigkeiten, was ist für mich wichtig als Besucher. Und das ist der Bananen-Kai und bewegen uns auf den Kubus hinzu. Das steht neun Meter über dem Kai. Jetzt befinden wir uns in einer ersten Ebene und wir steigen ein bisschen höher in die Eingangshalle. Diese Eingangshalle ist eine Art Empfangshalle für die Stadt Göteberg, nach meinem Vorschlag. Und hier kann der Stadtrat zusammenkommen, hier können offizielle Delegationen empfangen werden und hier können auch Medaillen meinetwegen verteilt werden. Es gibt sechs Ebenen mit einer flexiblen Lösung, wonach der Grundriss geendet werden kann, entsprechend den Funktionen, die sich entwickeln. Es ist ein Bau für junge Unternehmer, die unsere neuen Unternehmen gründen werden und den Wohlstand in Schweden entwickeln werden. Aber natürlich nach grünen Prinzipien, nach ökologischen Prinzipien. Im Hintergrund erkennt man die Kräner in Göteborg. Wenn man neun Meter hoch auf der obersten Ebene steht, hat man einen fantastischen Überblick. Und es ist alles begehbar. Man kann herumlaufen. Wenn man nicht so hoch klettern möchte, kann man zumindest am Kai entlang gehen, wo sich Cafés und Gaststätten befinden. Und im Innenbereich, auf diesen zwei Etagen, ist diese, dieses Informationszentrum, das ich erwähnt habe, mit einer Übersicht über die ganze Stadt. Und wir befinden uns jetzt in der Neustadt, nicht mehr in der Altstadt. Das ist vorne, also vor dem Kubus, vor dem Würfel. Hier sind Treppen, die, wie in Venedig, in das Wasser herunterführen. Also wir haben Wasser ringsherum und dann diese Struktur geschichtet. Das sind Paneelen, wo das Wasser nach oben und nach unten bewegen kann. Und wir können unser Kai nach oben verschieben, wenn das Wasser höher steigt. Und wir wissen, dass das auch kommt. Hier vorne haben wir diese sehr großen Treppen. Das ist eine Art Göteborg als Museum mit einem fantastischen Ausblick über die Stadt. Hier sieht man das wieder, rechts, der Ransferskenbau von Skanska. Und wir wollen auch einen anderen Kai mit Panoramablick bauen, wo man ein Foto machen kann und das per Facebook an die Welt herausschickt. Das ist die ganze Stadt im Plan, also im Grundriss, im Maßstab 1 zu 2000. Also die ganze Neustadt. Wir erkennen die Kanäle und die verbreiteten Kai-Bereiche. Und die Vierteln sind nicht rechteckig oder sie sind im Grunde genommen rechteckig, aber mit verschiedenen Spitzwinkeln, denn wir möchten uns einen neuen Kanal, der in den Fluss führt, mit ungefähr 25 Turmbauten, die 30 Etagen beinhalten. Das führt zu einer neuen Silhouette für Göteborg. Wir nennen das die neue Göteborg. Das ist eine Neustadt, die Wikinger-Neustadt. Links sieht man die neue Stadt auf Gising-Insel und auf der rechten Seite die Altstadt. Sie arbeiten zusammen, wie Ying und Yang. Es gibt die dunkle Stadt und die lichte Stadt, die alte Stadt der Vergangenheit und die Stadt der Zukunft. Das ist eine Spannung, eine Nachhaltigkeit, wo alle Ziele erreicht werden, sozial, ökonomisch und ökologisch. Das ist jetzt eine Skizze, ein Auszug. Hier erkennt man ein Stadtbild um einen Kanal. Wir wollen eigentlich, dass die Hollände hier zurückkommen und die Häuser wieder bauen wie damals. Und es ist, wie Sie sehen, eine grüne Stadt. Wir haben viele Bäume an den Kanälen entlang. Wir haben diese Dächer mit Begrünung und auch in der vierten beziehungsweise fünften Etage wird es auch einen grünen Gartenbereich geben. Wir haben auch sieben verschiedene Parken, unterschiedliche Größen, eine Million Quadratmeter insgesamt mit 15.000 Einwohnern und auch 15.000 Arbeitsstellen. Hier findet man alles, was auch in der Altstadt vorkommt. Theater, Begegnungsstätten, Gaststätten, alles, was man braucht. Hier wieder ein Auszug. Hier erkennt man die neue Stadt mit der Ikone vorne, also mit diesem Würfel und dann auch noch die Altstadt und das Schiffsmuseum. Das ist ein fantastischer Ort. Hier der Würfel nachts, unsere Ikone nachts, ein bisschen wie eine Beleuchtung in der Nacht. Wenn ein Flugzeug landet, erkennt man gleich diese Beleuchtung, diesen Würfel mitten in der Stadt und das feiert eine wichtige Entwicklung in der Stadt Göteborg. Es ist, wie gesagt, ein Symbol für die Freiheit und das Unternehmertum in Schweden. Es gibt viele Menschen. Das ist unser Wohnungsminister. Unser Wohnungsminister hat das Projekt auch gesehen und hat gesagt, ach, wir wollen gleich loslegen. Aber er ist natürlich nicht derjenige, der entscheidet. Er ist bloß Regierungsmitglied und das wird demokratisch beschlossen. Wir haben auch die Unterstützung des schwedischen Institutes für die Förderung des schwedischen Designs international. Und sie sind auch der Meinung, dass unser Projekt das Beste darstellt, was heute in Schweden überhaupt in Städtebau geleistet wird. Es gibt viele Medienberichterstattungen und hier steht der König an seinem Platz und zeigt auch die Neustadt von Göteborg. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.